Hallo, hier ist Ronja und wir schauen heute eine weitere animierte Geschichte. Und zwar ist der heutige Titel Wie mich das Schwimmen in einem schmutzigen Pool veränderte. Äh, von... Meine animierte Geschichte, unserem Lieblingskanal in letzter Zeit, ja? Wir hatten auch schon mal eins, das war richtig crazy. Das war sowas wie, äh, ich hab Skorpione gegessen und dann wurde ich giftig. Das war richtig, das war, das war wild. Ich nehme an, das ist eine ähnliche Schiene, die sie hier versuchen zu fahren. Ich versuche hier das System zu durchschauen. Ich hab locker schon 40 von diesen Videos geguckt. Okay, ich würde sagen, let's go! Hi, ich heiße Klara und ich habe einige verrückte Dinge durchgemacht. Als ich jünger war, war mein Leben wie aus einem Märchenbuch. Und dann wurde daraus ein Horrorfilm. Das ist straight up so der klassische Start, ja? Jedes Mal. Ich bin in einem liebevollen Zuhause bei meiner Mutter und meinem Vater aufgewachsen. Let's go! Mama schien alles wunderbar zu sein. Meine beiden Eltern liebten mich, ich hatte gute Noten, die Leute in der Schule mochten mich und ich war sogar mit einem süßen Jungen namens James zusammen. Der Klassiker! Der legit das... Ich hab vor 15 Minuten, ja, hab ich eine Geschichte gesehen. Die war genauso! Ehrlich gesagt, ich lebte sozusagen meinen Traum. Und dann ging ich auf die Oberschule. Ich fing an, mich von meiner Mutter abzuwenden, weil sie anfing, geheimnisvoll und seltsam zu sein. Sie kündigte ihren Job und ich habe nie herausgefunden, warum. Als ich sie fragte, bekam sie nur Tränen in die Augen und ging weg. Alter, was ist wieder mutterlos! Autsch! Und einige Nächte ertappte ich sie sogar auf dem Dachboden, wo sie... Klassiker der Dachboden. So, mit der Treppe, die ihr runterführt. So, äh, da hab ich meinen Dachboden auch immer im Keller. Das ist, äh, ganz, ganz normal. ... alte Kisten herumschob. Es war wirklich verwirrend. Als ich in der 10. Klasse war, konnte ich sie und meinen Vater jede Nacht durch die Wände miteinander streiten hören. Ich fühlte mich unsicher und äußerst unwohl dabei. Eines Abends ging mein Vater auf eine Geschäftsreise. Ich hasse es, das zu sagen, aber ich war erleichtert. Mein Vater war mein Held und wenn meine Mutter sich seltsam verhielt, war er auf eine Weise da, wie sie es nicht war. Aber da er weg war, gab es keinen Streit mehr. Also war ich erfreut. Na, Geschäftsreise. Naja, zumindest eine Stunde lang. Eine Stunde, nachdem er gegangen war, hörte ich, wie die Haustür aufflog und schwere Stiefel ins Haus stürmten. Ich kroch aus dem Bett und ging die Treppe hinunter. Um das absolut Letzte zu sehen, was ich erwartet hätte. Da stand ein Mann in meinem Wohnzimmer und half meiner Mutter verzweifelt, Kartons aus dem Haus zu schleppen. Alter, die Mutter ist erstens, ist die Mutter ein kleiner Cheater. Zweitens zieht die Mutter jetzt einfach straight up mit dem anderen Mann aus, während ihr Dude weg ist. Also ich weiß nicht, ob sie das sneaky macht, aber crazy ist. Ich wusste nicht einmal, was ich sagen sollte. Ich hatte den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Und meine Mutter weinte. Als meine Mutter aufblickte und mich sah, zog sie mich aus dem Haus und versuchte, mich in das Auto des Mannes zu zwingen. Oh mein Gott. Ich fing um zu schreien und verlangte zu wissen, was los war. Meine Mutter sagte, dass wir gehen würden. Sie stellte mir dem Mann John vor und sagte mir, dass wir für eine Weile in seinem Haus bleiben würden. Aber warum? Ich legte seine Hand um die Schulter meiner Mutter und ich keuchte. Hat meine Mom meinen Dad betrogen? War sie deshalb die ganze Zeit so komisch? Ja, hat sie. Ich versuchte aus dem Auto auszusteigen, aber meine Mom und John blockierten mich und hielten mich auf dem Rücksitz gefangen. Ich fing an, um Hilfe zu schreien. Klassisches Kidnapping. Ich wollte überhaupt nicht an der Untreue meiner Mutter beteiligt sein. Verständlich. Dann leuchteten Scheinwerfer auf das Haus und das Auto. Mein Vater war zurück. Anscheinend ging er nicht auf seine Reise. Okay. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter war reiner Terror. John knallte die Autotür zu und schloss mich ein. Und dann stritten meine Mutter und mein Vater. Ich konnte nicht hören. Man sieht, dass sie wirklich wütend sind, weil sie drei wütende Anime-Wutzeichen über ihren Köpfen haben. Also ich meine, zwei über ihm. Der Vater, der ist am Brodeln. Der kocht. Der ist so wütend. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber schließlich kamen die Bullen und schleppten meinen Vater weg. Warte, wieso schleppen sie den Vater weg? Der Vater will dir helfen. Wir sind im eigenen Haus. Und die Polizei ist nur so, keine Chance. Nee, 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 dich. Du bist mir verdächtig. Du, komm, komm mal mit. Wir haben ein Gespräch zu führen. An war mein Leben ein Albtraum. Die Polizei nahm meinen Vater wegen seiner Aggressivität während des Kampfes fest. Aber ich hatte ehrlich gesagt Mitleid mit ihm. Ehe ich mich versah, wohnte ich bei meiner Mutter in Johns Haus. Und ich mochte John nicht. Ich hasse John. Überhaupt nicht. Er hatte gar nicht versucht, mir näher zu kommen. Er sprach kaum mit mir. Aber er war ständig an meiner Mutter dran. Er war besessen von ihr. Und ich fühlte mich dabei total unwohl. Meine Mutter erklärte mir, dass es ihr leid täte. Aber dies sei das Beste für uns. Okay, Frage. Wie weit weg kann dieser John wohnen? Es gibt öffentliche Verkehrsmittel. Meinetwegen, selbst wenn du keine Schülerkarte hast, was nicht unwahrscheinlich ist, dann fahr doch einfach... Du musst ja zur Schule gehen. Dann fahr doch einfach nach der Schule. Nicht zu deiner Mutter und nicht zu John, sondern zu deinem Vater nach Hause. Wo du auch sonst gewohnt hast. Ja, aber dann geh doch einfach. Jedes Mal, wenn ich versuchte, ihn anzurufen, ging mein Telefon nicht durch. Ich verstand nicht, wo er war oder warum er mir nicht antwortete. Dies ging einige Monate lang so weiter. Ich verbrachte die meiste Zeit mit James, meinem Freund. Auch er hielt die Situation für unklar. Er erzählte mir, dass er seltsame Gefühle gegenüber John hatte. John hatte ihn sogar gewarnt, in meiner Nähe vorsichtig zu sein, sonst würden schlimme Dinge passieren. Das gab mir Gänsehaut. Ich versuchte nur, meinen Verstand in dieser verrückten neuen Welt zu verhören. Hast du nie nach deinem Vater gesucht? Bist du nie einfach nach Hause gefahren und hast mal versucht zu gucken, ob der da ist? Eine Nacht wachte ich auf, als im Vorgarten Musik spielte. Ich öffnete das Fenster und sah, wie mein Vater im Garten stand. Musik aus seinem Telefon drünnte und meiner Mutter und mir zurief, wir sollten rauskommen. Ich versuchte, zu ihm hinauszulaufen, aber John hielt mich im Flur zurück. Er packte mich und warf mich über seine Schulter, zog mich trotz Fußtritten und Schreien in mein Zimmer zurück. Mein Vater ging weg, nachdem John ihn angeschrien hatte. Was? Ich verstand nicht, warum. Ich war so verletzt. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mit meiner Mutter oder John darüber zu reden, stritten sie mit mir. Guck mal, dein Vater will doch, dass ihr zurückkommt. Fahr doch nach der Schule. Ich verstehe es nicht. Fahr doch einfach nach der Schule zu deinem Vater. Das macht mich richtig wütend. Ich weiß, dass die Geschichte ausgedacht ist, aber das macht mich richtig wütend. Ich hatte es satt. Die Dinge mit John und meiner Mutter wurden immer schlimmer und schlimmer. Es fühlte sich an, als ginge es nur noch um sie. Und ich war nur noch eine Last. Als sie auf eine Geschäftsreise ging, war ich echt erleichtert. Auf wie viele Geschäftsreisen geht ihr denn? Und warum geht man eine Geschäftsreise, ja? Er gab mir die Schlüssel zu seinem Auto und sagte mir, ich solle mich die ganze Woche am Pool entspannen. Natürlich lud ich James an, um mir Gesellschaft zu leisten. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Eines Tages beschloss ich, in den Pool zu tauchen, um mich zu entspannen. James schwamm zwar nicht, aber ich glaube, er genoss trotzdem die Aussicht. Aber etwa nach einer halben Bahn begann ich mich schrecklich zu fühlen. Meine Sicht war verschwommen und mein Magen klopfte vor Schmerzen. Ach stimmt, die Folge heißt ja, wie mich das Schwimmen in einem schmutzigen Pool veränderte. Hab ganz vergessen, dass es irgendwie noch was kommen muss vom Tod. Als ich auf meine Hände schaute, schienen sie nicht meine zu sein. Ich versuchte mich über Wasser zu halten, aber ich fing an völlig ohnmächtig zu werden. Das letzte, was ich sah, war James' panisches Gesicht. Hast du das, wenn das passiert? Ich fing an völlig ohnmächtig zu werden. Als ich aufwachte, konnte ich meine Augen kaum öffnen. Ich hörte überall um mich herum piepen und Ärzte, die panisch klangen. Ich berührte mein Gesicht und bemerkte, dass ich Schläuche im Mund hatte und dass ich Stoff über meinen Augen befand. Was war mit mir geschehen? War ich ja trunken? Hatte ich einen Anfall gehabt? Da wurde mir klar, wie stark die Schmerzen waren. Mein Inneres fühlte sich an, als ob es in Flammen stünde. Okay, der Pool war offensichtlich vergiftet. Ich versuchte zu sprechen oder zu weinen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach da liegen, bis ich schließlich wieder... Ah, der verband über den Augen wegen Schleimhäuten, weil die reich sind oder so. Mein Leben war tagelang so. Ich konnte nichts sehen. Ich konnte nur hören, während ich mein Bewusstsein immer wieder verlor. Das ist safe, John. Guck dir den mal, wie süß der aussieht. Manchmal konnte ich James an meiner Seite hören, wie er mir vorlass oder mir sagte, dass er mich liebte. Dann waren es meine Mutter und John. Wenn John in der Nähe war, wünschte ich mir, ich würde wieder ohnmächtig. Eines Tages hörte ich tatsächlich, wie mein Vater versuchte, den Raum zu betreten. Er und meine Mutter gerieten in einen heftigen Streit. Sie schrien an, er solle weggehen. Und er sagte, da ich verletzt sei, bräuchte ich sie beide. Mein Vater hatte recht. Es gab nichts, was ich in diesem Moment mehr wollte als meinen Vater. Es dauerte ungefähr zwei Wochen. Schließlich begann ich, mich stabiler zu fühlen. Die Ärzte packten meine Augen aus und beobachteten mich. Meine Sicht war zerstört. Ich konnte noch sehen, aber es war, als ob ich die Welt durch eine schmutzige Brille betrachtete. Der Arzt saß an meinem Bett und sagte mir die Wahrheit. Ich war von jemandem schwer vergiftet worden, der einen chemischen Wirkstoff in meinen Pool gegeben hatte. In deinen Pool, Mann. Das Koma, in dem ich lag, bedeuteten, dass ich wieder gehen lernen musste. Meine Haut hatte überall ver... Warte, wieso musst du wieder gehen lernen? ...Brennungen. Und es würde Jahre dauern, bis ich wieder normal aussehen würde. Ich begann zu weinen. Ich hatte das Gefühl, ein Monster zu sein. Dann fragte mich der Arzt, wer versuchen würde, mich zu vergiften. John! War jemand hinter mir her? John! John! Ich musste sofort an John denken. Er sagte mir, ich solle mich am Pool entspannen. Er stellte sicher, dass ich es tat, während sie nicht in der Stadt waren. Und die ganze Zeit wollte er meine Mutter, nicht mich. Ich war überzeugt, dass er es war. Als ich sie damit konfrontierte, sagte meine Mutter, ich sei verrückt. John hatte Tränen in den Augen. Er schwor, er habe nichts damit zu tun, aber ich durchschaute ihn. Er hatte mich überhaupt nicht in seiner Familie gewollt. Oh mein Gott, zwei böse Anime-Zeichen, der meint's ernst. So sehr, dass er sie meinem Vater wegnahm. So sehr, dass er bereit war, mich zu vergiften. Ich war so wütend, dass ich im Krankenhaus sagte, sie dürften mich nicht mehr sehen. Ich sagte ihnen, die einzige Person, die ich sehen würde, sei mein Vater. Leider hat er mich nicht besucht. Ich versuchte, ihn anzurufen, aber meine Nummer ging immer noch nicht durch. Wochenlang gab es nur James und mich. Ich musste mich schmerzhaften Operationen unterziehen. Ich hatte Schläuchen in fast jedem Teil meines Körpers. Und ich konnte nicht einmal selbst zur Toilette gehen. Die Ärzte mussten mir für eine meiner Operationen sogar den Kopf rasieren. Es war schrecklich peinlich. Und als es bald zu Ende war, tauchte James nicht mehr auf. Ich ging allein mit Tränen in den Augen zu meinen Physiotherapie-Terminen. Als ich James eine SMS schickte, erhielt ich keine Antwort. Als ich mir seine sozialen Medien ansah, wurde mir klar, dass ich blockiert war. Alter, eiskalt. Auf einmal war ich ganz und gar allein auf der Welt. Zumindest dachte ich das. Ich hatte wirklich Glück mit meinem Physiotherapeuten. Er war ein heißer Typ. Ein verdammt heißes Kerlchen. Sein Name war mein... Alter. Mein Klinikaufenthalt neigte sich dem Ende zu. Und mir wurde klar, dass ich nirgendwo hingehen konnte. Ich war gerade erst 18 Jahre alt. Meine Mutter hatte mich betrogen und war mit einem Kerl durchgebrannt, der versuchte, mich zu vergiften. Und mein Vater war absolut nirgendwo zu finden. Ich bin nicht stolz darauf, aber nach meiner Entlassung schlief ich ein paar Tage lang im Park auf einer Bank. Warum denn nicht bei deinem Vater? Es stört mich. Oder bei deinem Kerlchen. ...durch verschiedene Fastfoodladen und versuchte verzweifelt Arbeit zu finden. Schließlich bekam ich zwei Jobs in zwei verschiedenen Fastfoodlokalen, die mir halfen, über die Runden zu kommen und mir eine Wohnung zu leisten. Let's go! Gott sei Dank habe ich es geschafft. Während der ganzen Zeit, in der ich im Park war, hatte meine Mutter verzweifelt nach mir gesucht. Sie rief mich immer wieder an, aber ich wusste, dass sie John nicht verlassen würde, sodass es keinen Sinn hatte, sich überhaupt mit ihr zu beschäftigen. Als ich die Lage beruhigt hatte, versuchte ich, mit der Polizei darüber zu sprechen, John verhaften zu lassen. Aber sie sagten mir immer wieder, dass sie nichts tun könnten. Sie dachten nicht einmal, dass es John war, was für mich völlig verrückt war. Ich war todunglücklich. Aber in dieser Zeit war Miles da, um mir zu helfen. Miles. Er sah mich in meiner schlimmsten Phase und er war bei all dem für mich da. Er zog in meine Wohnung und für eine Weile war mein Leben stabil. Ab und zu bekam ich zufällige, unheimliche Anrufe von meiner Mutter und John, aber der... Wer schreibt denn John mit J-H-O-N? Also, ich habe noch nie in meinem Leben, habe ich den Namen John so schreiben... Also, nee. Mutter und John, aber der Schrecken, dass er versuchte, mich zu vergiften, trat in den Hintergrund. Dann erhielt ich unglaubliche Nachrichten. Ich war schwanger. Nach allem, was ich durch... Mit 18? Jikes. Wenn ich gemacht hatte, sollte ich ein Kind von dem Mann bekommen, der mich liebte. Und alles in der Welt schien wieder in Ordnung zu sein. Nur, ich hatte immer noch das Gefühl, dass mir etwas fehlte. Ich wollte nicht, dass meine Mutter mit dem Baby in Verbindung kam, aber ich wollte auf jeden Fall meinen Vater dabei haben. Als ich etwa im siebten Monat schwanger war, ging ich auf eine Mission, um ihn zu finden. Okay. Ich besuchte all die alten Orte, wo er gewöhnlich war. Ich rief alle seine alten... Vielleicht mal dein Haus. So, dein Haus. Nein, wo du gewohnt hast, wo dein Vater immer noch wohnt. Ich ging sogar zu meinem alten Haus und fragte die Besitzer, ob sie wüssten, wo er sei. Aber der war nicht. Ach so, die haben das verkauft. Okay, sorry. Alle Krankenhäuser an und versuchte, ihn zu erreichen. Und da begann ich mir wirklich Sorgen zu machen. Und mein Vater verletzt worden? War jetzt obdachlos? Schließlich rief ich das letzte Krankenhaus auf der Liste an und sie sagten mir, dass er sich seit über einem Jahr in ihrer Obhut befand. Aber es war kein normales Krankenhaus. Es war ein psychiatrisches Krankenhaus. War mein Vater so zerrissen, weil meine Mutter ihn betrogen hatte, dass er den Verstand verloren hatte? Ich fuhr so schnell ich konnte zum Krankenhaus. Als ich meinen Vater sah, brach mir das Herz. Er war dünn und sah ängstlich aus. Als er mich sah, leuchteten seine Augen auf und er umarmte mich. Wir sprachen über die gute alte Zeit und er rieb mir den Bauch und erzählte mir, wie stolz er war, dass ich Mutter werde. Ich sagte ihm, dass ich ihn an meinem Leben teilhaben lassen wolle und fragte ihn, wie er hier gelandet sei. Er erzählte mir, meine Mutter habe ihn einweisen lassen, nachdem sie ihn betrogen hatte und die Ärzte ihn nicht gehen lassen wollten. Ich konnte es nicht glauben. Ich versprach ihm, dass ich ihn entlassen würde. Er hatte mich mein ganzes Leben lang aufgezogen. Nun war ich an der Reihe, den Gefallen zu erwidern. Als ich ihn entließ, versuchten die Ärzte, mich davon abzuraten. Aber ich hörte nicht auf. Ich kenne meinen Vater und ich wusste, dass meine Mutter die wirkliche Verrückte war. Mein Vater schlief auf der Couch unseres Hauses und er halb viel mit. Er räumte das Geschirr ab und kochte und rundherum wirkte er irgendwie normal. Aber immer, wenn ich Mom erwähnte, wurde er richtig wütend. Er fuhr jeden Abend mit meinem Auto zur Arbeit, um seinen Job als Hausmeister in einer örtlichen Schule zu erledigen. Und es war ein Traum, ihn um mich zu haben. Dass er nachts weg war, ermöglichte Miles und mir, unsere eigene private Zeit zu haben. Aber schon bald wurde Miles ungeduldig, ihn aus dem Haus zu haben. Er sagte mir, mein Vater mache ihm Angst. Und ich verstand das nicht ganz. Miles erzählte mir, dass mein Vater ihm einige seltsame Dinge über die Familie gesagt hatte. Aber ich hatte es irgendwie verdrängt, bis ich nicht mehr konnte. Alles morgens stieg ich in mein Auto und es roch ekelhaft. Auf dem Rücksitz standen leere Behälter mit etwas, das wie Bleichmittel aussah. Mein Herz raste und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Als ich versuchte, den Hof zu verlassen, fuhr ein Polizeiwagen vor. Sie legten mir Handschellen an und setzten mich zum Verhör auf dem Rücksitz ihres Wagens. Ich war so verwirrt. Okay. Da ich zu diesem Zeitpunkt im achten Monat schwanger war, hatte ich Angst, dass meinem Baby etwas zustoßen könnte. Aha, verständlich. Als die Polizisten sich zu mir setzten, waren sie eigentlich nett zu mir. Sie erklärten mir, dass es im vergangenen Monat eine Reihe von Vergiftungen in Familienpools in der Stadt gegeben habe. Was für eine Zeichnung. Gift plus Pool plus toter Mann plus Vater. Hm. Vergiftungen, genau wie die, die mir passiert war. Sie waren seit Jahren nicht mehr passiert und plötzlich, mit der Freilassung meines Vaters, passierten sie wieder. Ich wollte es nicht glauben. Mein Vater war kein Mörder. Er hat keine Menschen vergiftet. Warum sollte er mir jemals etwas antun wollen? Ja, genau. Was ist der Motiv? Er könnte niemals so etwas Schreckliches tun. Aber etwa eine Stunde später brachten die Bullen meinen Vater und sie hatten Beweise dabei. Mein Vater hatte den Pool eines Hauses in der Nähe des Bahnhofs vergiftet und sie erwischten ihn auf frischer Tat. Als sie ihn zum Verhör herbrachten, tauchten John und meine Mutter auf. Ich war so erschrocken und verwirrt, dass ich meine Mutter umarmte. Sie weinte und erklärte mir die Wahrheit. Sie hatte meinen Vater nicht betrogen. Mein Vater hatte ihr und mir seit Jahren gedroht, ihr und mir wehzutun. Als sie mitten in der Nacht mit John wegging, tat sie das, weil es ihre einzige Chance zur Flucht war. Ich war zu jung gewesen, um zu erkennen, wie gewalttätig er mit ihr war. Die Polizei hatte endlich die Wahrheit aus meinem Vater herausbekommen. Er hatte den Pool und mich vergiftet in dem Versuch, unsere Familie wieder zusammenzubringen. Er dachte, die Tragödie würde uns wieder zu einer Familie machen. Als sie Wirklichkeit wurde, riss sie uns nur noch mehr auseinander. Als er entlassen wurde, fing er an, dies mit Familienpools zu tun, in der Hoffnung, dass Familien sich dadurch wieder vereinen würden. Die Logik machte mich krank. Aber die Logik ist gar nicht logisch, weil es hat ja bei dir schon nicht geklappt. Warum soll das bei fremden Familien klappen? Zum ersten Mal überhaupt sah ich meinen Vater als das, was er war. Ein kranker, kranker Mann. Er wurde für lange Zeit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und ich habe sogar gegen ihn ausgesagt. Meine Mutter und John sind beide in meinem Leben. Ich habe ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Und obwohl das Leben merkwürdig war, bin ich dankbar, dass ich meine seltsame kleine Familie habe. Okay, gut. Ähm, soviel dazu. Legit, den Plot ist am Ende, ja. Ich hab gedacht, vielleicht ist es der Freund. By the way, hat man irgendwas doch von diesem Freund erfahren? Ohne, ohne, ohne Logik. Ja, ohne Logik. Der Freund ist richtig nett, während die im Krankenhaus ist. Lies dir Sachen vor von einem Tag auf den nächsten. Blockiert er sie auf WhatsApp und allen anderen Social Videos. Redet nicht mehr mit ihr. Und man weiß nicht, was passiert ist. Der Freund ist einfach weg. Warum ist er weg? Was ist mit dem Freund? So, hä? Okay, ich war safe, dass es der Freund ist oder so. Aber okay, na gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt eure Theorien, was mit dem Freund passiert ist, in die Kommentare. Ansonsten abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.